Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem, äh was ist das überhaupt? Survival? Survival... Was machen wir hier? Let's build Let's blöd? Let's blöd, genau, wir machen let's blöd, nennt's so, let's blöd Also das ist jetzt die 1.72 Version, mein Server Und die beiden Vollpfosten hier wollen ernsthaft in Survival irgendwas machen Ich hab ja gedacht, wir fliegen hier in Creative einfach nur rum und labern scheiße Aber die waren eindeutig... Jetzt bauen wir und labern scheiße Gar nicht so einfach, ja bauen, aber da sieht man nix, nix neues Guck mal da sind... Rote Blumen Wie schön Jetzt sind sie kaputt Ah ich bin immer noch im Creative, ah warte Moment Ohhhh... Cheater, cheater Ob mich selbst So, schnell mich selbst geobbt Im Chatfenster von meinem Server Und dann schnell hier... Game Mode, wie war das hier... Null Ich bin auch schon ganz fleißig... Ja... Orange 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 Ja... Was denn das heißt Papier... Information... Ich will Information... Was ist das für ein Baum? Ähm... Keine Ahnung... Das ist... Ich denk mal das ist hier der Sarandium Das ist... Akakia Akazie Akazie... Oh ja... Ja... Vergiss das... Dann wieder meine 5 Minuten Du... 5 Minuten... 3 Tage Leute wir müssen ein Haus bauen, die Nacht kommt klein Leute ich baue mir jetzt ein Schwert Junge und dann fick ich alle Male Oh sieht das scheiß aus... Junge können die Zombies... Komm mal da schicken die... Sag mal baut ihr noch in der Spawn Protection ab? Ja ich habe Spawn Protection auf Null glaube ich Ah ok... Oder? Warum bin ich dann so weit gelaufen? Weil du ein Idiot bist... Achja... Herzlichen Glückwunsch... Ihr Gehirn hat soeben meine Information verarbeitet... Erfolg freigeschalteter Achievement... Was ist das noch ein Ding? Nicht zum Lachen bringen ich bin der Kälte... Keine Saison leid... Ne noch ist es nicht soweit noch kann ich atmen... So ich mach mal... Ich mach mal hier den Tasch... Alter meine Kiste ist weg... Was für eine Kiste... Was? Ich habe hier... Ich habe hier gerade einen Crafting Table dingebaut und der ist verschwundet... Vor meinen Augen... Schon wieder... Jetzt habe ich zwei... Was zum Teufel... Lex, ich will natürlich in Gegend. Ich will den benutzen. Moment. Ich brauche ganz viel... Ja, ab hier kann ich den bauen. Ganz, ganz viel... Was bauen wir denn überhaupt? Mach hier grad. Ihr baut bitte nicht das, was ihr sonst so auf meinen Servern baut. Keine? Also... Keine Phallus-Statuen. Was ist mit Ackens bauen? Das zählt dazu. Auch wenn diese keinen Phallus... Wat? Phallus-Statuen. Wacken! Wacken ist vorbei, du Spaß. Fahr weiter. Aber du... Wacken, aber du... Gewitter! Ich hab hier... Ich hab hier drei Exen. Oh nein. Eine Ackse. Äh... Ackse zu verschenken. Ich brauche eine, wo bist du? Warte, oben. Boah, das Gras ist echt übel. Vor allen Dingen, ich bin so getarnt. Guckt euch mal an. Guckt mich... So. Mein Skin. Ich verschmelze mit der Umgebung. Ja, ja. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Ich bin... Ein sexy Krümelmonster. Und... 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 Ah, haben wir Sub-Lang, haben wir Sub-Lang, haben wir Sub-Lang, haben wir Sub-Lang. Ähm. Ich möchte anmerken, es wird Nacht. Wie macht man sich ein Schwert... Ah, Schwert, 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 Schwert. Was? Beifuß, hey, der ist das. Ich geb dir Beifuß, ey, deine Mutter. Da, da, da. Was ist da? Du hast schon eingesammelt. Wie macht man ein Holzschwert? Der hat echt noch nie Survival gespielt, ne? Doch, doch, ich weiß mittlerweile, wie man Exten macht, aber ich weiß nicht mehr, wie man... Ach, man muss Stöcke machen. Ah, Stöcke, 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 Stöcke. Wie war dat? Stöcke. Da buddelt er sich schon runter. Das hat kleine Erdmännchen. Stöckchen. So. Und dann mit den Stöcken und dem Holz. Wie war dat? Das ist ne Axt, die will ich nicht... Ne, ne, Spitzhack, Entschuldigung. Soll ich den Schwert bauen? Ich schaff das selber. Ja, aber es wird dunkel. Ich schaff es doch nicht, Baum im Eis. Schwert hab ich an dir gemacht. Was machst du denn da? Ich hab dir ein Schwert gemacht. Was zum allmächtigen Jesus? Boah, soll er ein Stein? Ne, ich will das, du Arsch. Mach mir auch eins. Nimm. Die Zombies kommen. Oder hab ich ihr ausgestellt? Warte mal kurz. Oh, wirklich? Achso, ja, Animals und Monsters Falls. Oh. Okay, Moment. Ich starte den Server kurz neu. Ne, Moment. Liebe Kinder, Server wird jetzt ausgemacht. Oh. Da wird er an. Zwei Sekunden. Kinder, ach komm. Kinder. Tuck traurig. Tuck jetzt ganz traurig. Minecraft Server. Deine Mutter. Server. Wo ist er? Oh ja, da. Server proprietarys. Propertarys, um genau zu sein. Was wollte ich jetzt? Ich wollte Spawn Monsters True. Die Animals anmachen. True. Difficulty 0. PvP True. Online Mode True. Ich will Capit. Spawn Animals True. Und was wollen wir noch spawnen? Spawn NPCs auch auf True. Motorräder. Motorräder. Kennt ihr den Witz mit dem Hasen und dem Bär? Weißt du, was du noch spawnen kannst? Achso, ich muss... Okay, ihr könnt drauf. Wo war es? Wo war es? Wo war es? In Bochum. So Kinder, jetzt sind Monsters da. Da war nichts. Link in der Videobeschreibung. Macht euch selbst ein Bild. Das ist ja gesagt. Oh Gott. Was ist das denn für ein Haus? Was ist das denn jetzt hier? Alter. Das ist unser Schutzwall. Aus Dreck. Oh Gott. Bisschen mehr Respekt, wenn es geht. Und genau so sieht es bei ihm auf dem Server aus. So zum Henker war da gerade eine Werkbank im Rufen. Verfeuerung. Das war weit. Das war weit. Jetzt bring mal den Scheiß nach hier unten. Oh Gott. Ich mach mit euch keine großen Projekte. Das ist echt zum... Oh. Ja, für mich habt ihr hier unten... Ah! Du Arsch! Entschuldigung? Ja. Ja. Entschuldigung. So, das ist der Wandschrank. Der begehbare Kleiderschrank. Oh, jetzt hab ich Platz für meine Schuhe. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Aber warum zum Henker... ...kommen hier keine Monsters? Und schon wieder Eisen gefunden. Wo sind die Gegners? Noch 100 Meter. Wer war das nochmal? Wer hat das nochmal gesungen? Das war Monsters 2. Ich find das... Oder muss man Difficulty vielleicht auf... Stark nach Haftbefehl. Difficulty muss man vielleicht auf 1 stellen deswegen, ne? Ah, da ist ein großer blauer Bär. Ich glaub man muss Difficulty auf 1 stellen. Moment, ich mach kurz wieder... Ja, 0 ist peaceful. Ja, dann... Oh. Speichern. Really? Are you serious? Und neu starten. Okay, ihr könnt wieder drauf. Oh, nee, falscher Zeugger da. So. Oh. Ja, mein Gott. Das ist halt hier, ähm... Es gibt immer ein erstes Mal. Mal mehr, mal weniger. Oh, da kommt hinten ein Bombi. Ah, sind sie da, ja? Ja. Ja, ist halt alles nicht so einfach hier. Geh dahin, wo du hingehörst. Was hab ich... Nein, ich hab mich ausgeschlossen. Scheiße. Dahin, wo du hingehörst. Ich mach mal erstmal schnell. Uh, Kohle. Scoreboard... Objectives... Adds. Warum hast du technischer Fortschritt freigeschaltet, Karsten? Was hab ich? Technischer Fortschritt freigeschaltet. Keine Ahnung, ich glaube, ich hab das Eisen in die Hand genommen, deswegen. Oh, du Lütscher, mein Eisen! Du hast mein Eisen in die Hand genommen. Boah, wieso krieg ich das Achievement nicht? Lass mich hier rein. Ich will auch sein Eisen in die Hand nehmen. Mit einem schmuddeligen Hengladen, der die Hand hat es. Sag mal, ist das normal, dass hier der Boden jetzt auf ist? Da kann auch jeder Zombie reinfallen. Ist doch voll unkleber. Oh, das war meine erste Mobfalle. Achso. Ja, ich hab den Boden jetzt zugemacht. Scoreboard, was wollte ich denn hier schreiben? Scoreboard, Objectives, Adds. Zu Tode gekommen. Was muss man mit Unterstrich schreiben? Hat jemand zufällig eine Faktor gekommen? Nee, aber du kannst die Kohle raus aus dem Boden nehmen. Death card. Dann, Scoreboard, Objectives. Set Display, Sidebar, zu Tode gekommen. Scoreboard, Objectives. Adds. Äh. Was schreibe ich denn da? Was schreibe ich denn da? Wie nenne ich denn das Scoreboard, Objectives? Äh, da kommt ein Zombie. Eliminiert. Schreibt man das so? E-li-li-miniert oder el-li-miniert? Ja, el-li-mi-ni-iert. Ich hab einfach getunet. Was steht da? Terratari, Terratori. Te-te-te-ne-arion. Terratari, Terratori. Oh Gott, was steht da? Jetzt erinnere ich mich gerade. Ich lese. Die können ja überhaupt nicht schreiben, die Frau. Doch, Erdbeerkäse kann die auch schreiben. So, was hier los? Oh, Erfahrungspunkte. Meine Erfahrungspunkte. Zu spät. Da ist ein Skelett. Soll ich auf Skelett-Jagd gehen? Ja, gehen wir auf Skelett-Jagd. Skeleton. Alter, das hohe Gras ist ja mal... Voll geil. Das ist voll gefährlich, äh, wegen Creeper-Sicherungen. Oh, oh, zwei. Ne, 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 da geh ich nicht hin. Kannst du voll verkaufen. Ne, 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 ne. Oh, oh, Creeper, denn... Ah, noch ein... Alter. Warte, ich komm dir zur Hilfe. Ne, versuch du es. Alter, da sind so viele Skelett-Jagd. Pass auf, du gehst vor und ich, ähm, tote die von... Ich hab noch nicht mal ein Schwert. Ja, dann hier. Nimm's dir, schnell, bekämpfe sie. Rette mich. Ah, Alter, es greift die mich auch schon an. Oh, das ist gut. Nein, lass mich nicht auf den Feld. Nein, 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 nein. Oh, das war doch... Tschüss, das war ein Creeper. Bist du gestorben? Ne. Ich war das nicht, das war schon so. Was? Das war ich nicht. Achso, das doch, das war ich. Bringt es mehr, wenn ich ihn mit dem Knochen hau oder wenn ich ihn mit der Faust hau? Das hat das dann selben Effekt. Ne, hau dir auf jeden Fall mit dem Knochen. Allein wegen dem Optischen oder was? Ja. Oh, die Sonne geht auch. Wax, ich hab hier vorhin. Oh, ich sind, äh, Villager zu miss. Ich glaub ich, jetzt ist eine Stadt in der Nähe. Oh, oh mein Gott, oh, oh, ich bin tot. Tot wurde gekommen, Dereo, nein. Nein. Nein, ich bin auch nicht tot. Du, 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 du. Nein, ich bin tot. Ich muss meine Sachen wiederholen. Wo ist das Schwert? Da oben bist du gestorben, ne? Boah, da droppen die Erfahrungskugeln. Junge, die hol ich mir jetzt. Alle Male, Junge, alle meins, Junge. Boah, wie viele, boah, krass. Dankeschön. Oh, Alter. Geschieht dir recht. Tschüss, wie viel Zeug hier liegt. Alles meins. Ne, ne, hör auf meine Sachen zu sammeln. Boah, ich hab so viel Zeug jetzt. Cool, danke. Ey, ey, verpiss dich. Ich hab ein Schwert. Wird dich echt mit mir anlegen, hä? Wird du echt gut? Komm her, du. Peter. Mädels. Kinder. Geht heute Abend wieder ohne Abendessen ins Bett. Jacqueline. Ich hab nix mehr. Jeremy Pascal. Gib mal was ab. Was willst du haben? Irgendwas zum... Keine Ahnung. Nee, was soll ich denn damit? Ja, weiß ich nicht. Du wolltest irgendwas haben. Jetzt gebe ich dir irgendwas. Oh, ich höre ein Zombie. Warte. Ich gebe dir noch 20 weitere von denen. Dann gebe ich dir 5, 4 mal... Boah, what? Dark Oak? Gebt dir 2 Pikachu-Karten. Hier, komm, hier, Spitzhacke. Alter, man braucht Echse für Bäume. Das weißt du, ne? Ja, das ist mir schon klar. Ja, du hast herab mit der Spitzhacke. Junge. Nicht dein Ernst, ey. Ey, yo, Carsten. Ich find das voll dufte, was du da machst. Ich wollte eigentlich sagen, drück mal ein bisschen was zu knabbern ab. Ich hab hier Zombie-Fleisch. Ja, ach du hast das eingesammelt. Nee, nee. Ich weiß nicht, wo das ist. Sag mal, warum sind die Pfosten hier weiter weg und die Pfosten ganz nahe an unserem Schutzwall? Weil der Schutzwall gleich wegkommt, Mann. So, meinst du? Ich will den da behalten. Warte, wo bist... Wer braucht Zombie-Fleisch? Ich. Wofür? Im Essen. Sollte einen wunderschönen Auflauf draus machen. Kann ich ja nur raus springen? Kurz auf, ich probier's halt. Wow. Soll ich das versuchen? Komm, ich versuch das. Joah. Ich hätt ja gelacht, ne? Ich hätt dir gelacht. Hat er gemacht. Roboter springen. Ja. Like a boss. Irgendwann geht's schief, ich sag. Like a boss. Ich hab was Lustiges vor. Oh, du Mieser. Oh, schade. Ich dachte vielleicht, wenn ich mir richtig viel Mühe gebe. Ah, Alter, hör auf. Was jetzt? Ich hab nur noch... Ich hab ein Herz verloren. Ich hab mein Herz an dich verloren. Ich hab nur noch einen anhalten. Digga, das ist Zombie-Fleisch. Hier, warte. Wie kriegst du gleich? Läuft der Blick. Ich hab alles... Ey, 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 ey! Scheiße. Hab ich vercheckt, ey. Tausende von Kopfnissen. Was? Ist alles aufgefressen? Ich geh mal auf der Suche nach Tiere, ja? Alles voll, alles voll. Alles ist voll. Alles ist voll. Oh, nee, oh, nee. Das ist so geil. Das ist so ekel. Alles ist voll. Kennt ihr die Regenbogenmaschine? Du kennst nicht die Regenbogenmaschine? Pass auf. Ich kenn die Jankert. Das ist, glaub ich, im österreichischen Fernsehen. Ich glaub, das ist nicht im deutschen Fernsehen. Ihr wisst ja, ich hab's nicht so mit Fernsehen, aber... Ähm, ich glaub, das ist so... Österreich ist das... Äh, 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 RTL-Niveau. Alter, was macht ihr hier? Ihr müsst die Bäume ganz abfällen. Das ist doch scheiße. Darf ich das Fernsehen erzählen, oder was? Ja, okay, fahre fort. Fahre fort. Also, auf jeden Fall haben die so zwei Tusen angeheuert. Die sollen irgendwie, das ist so, äh, mitten im Lebensstyle, irgendein Scheiß halt. Und die sitzen, das sind so zwei Asi-Pratzen, die sitzen bei so einer reichen Familie im Vorgarten und trinken da Tee, weißt du? Treffen sich da mit irgendwem wegen irgendwas, ist auch egal. Auf jeden Fall hat diese reiche Familie im Garten Rasensprengler. Ja? Also, einfach nur den Rasensprengler, der sprengt wie den Rasen. Und dadurch, dass halt die Tropfen in der Luft schweben, entsteht halt so ein Regenbogen da drin, ne? Und dann dieses eine Mädchen zum anderen so, boah, ey, Chantal, guck mal, die sind so reich, ey, die haben sogar eine Regenbogenmaschine. Psch! 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 FINDET IMANN DAS NIEWON? P �! Psch! 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 Ich hab mir das Knie angeschlagen! Psch! Hättest du doch mit deinem Gewissen vereinbaren können? Und dann musstest du liegen bleiben, über Family Guy? Pss Ja, der Pieter macht's! Psch! Psch! Puh, ungefähr 10 Sekunden, oder? 10 Sekunden, das geht ne Minute, oder so. Sooo! Also der Eingang ist ein bisschen unvorteilhaft, kann das sein? Nein, der ist gleichzeitig eine Zombie-Falle. Und wie machen wir das dann? Wie baut man ne Falltür? Digga, hast du jetzt alle Fenster zugebaut? Das war gar nicht der Plan, oder was? Ja, mach mal Glas jetzt hier, wo ist alles wüßig? Ich mach das Glas. Wo denn dann? In der Mitte! Wenn nicht hier! Wo dann? Da war ich! Hier vorne! Boah, so Carsten, da musst du aber ein dickes Intro für machen hier. Dickes, bescheuert, irgend so ein... nein, 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 wir machen das gar nicht. Doch, doch. Irgend so ein richtiges Derp. Intro. Oh, die Titelmülle, die machen wir selber. Oh, die Titelmülle, die machen wir selber. Oh, scheiße. Meine Kraft! Wo? Da war es! Hat hier noch irgendjemand Eisen? Ne, ich spring dir jetzt ein bisschen Sand vorbei. Oh, danke. Voll gerne, ey. Werde. So. Ne, das war zu tief. To deep. Ich schlöck. Blumen. Oh nein. Das ist ein kleine Omar. Aldem. Wir wollen ebeno! Oh, geschafft! Oh shit, das ist ein Creeper. 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 Ich soll, ich will jetzt ein Creeper. Ich muss dia, Leute. Ich muss mich mit dir meine Treepern, Vielen Dank.